Unser Kollege Moritz Pompel ist in der Nähe der Unglücksstelle. Schönen guten Morgen dorthin. Ist denn schon klar, wann die Suche und die Bergungsarbeiten heute weitergehen können? Also es wird hier um 7 Uhr wieder losgehen, also in wenigen Minuten. Wir sind hier genau an dem Parkplatz, an dem die Rettungskräfte dann auch eintreffen werden. Übrigens auch der Parkplatz, wo noch einige der Autos stehen, die wohl zu noch vermissten Personen gehören. Man sieht hinter mir das Abschwerband. Hier beginnt die Zone in Richtung Berg, wo man nicht mehr rein darf als Wanderer. Und ganz oben im Ansatz zu erkennen zumindest ist dieser Gletscherabbruch. Ja, und hier werden sich die Rettungskräfte dann bald wieder ihren Weg bahnen. Man wird dann auch wieder versuchen, mit Hubschraubern aus der Luft die Suche aufzunehmen, mit Drohnen und natürlich auch am Boden, dort in diesem Bereich, wo sich die Lawine dann Richtung Tal ihren Weg gebahnt hat. Gibt es denn überhaupt noch Chancen, Überlebende zu finden? Also die Rettungskräfte, die sagen, dass die Chance extrem gering ist. Das liegt einmal daran, dass die Temperaturen hier natürlich jetzt deutlich nachgelassen haben. Es ist sehr kalt geworden. Und wenn jemand dort oben noch im Eis überlebt haben sollte, dann wird es immer schwieriger, ihn Leben zu bergen. Das andere ist, dass diese Lawine, die abgegangen ist, eine extreme Gewalt entwickelt hat. Die ist mit 300 Stundenkilometern zu Tal. Wir haben es gerade im Beitrag gehört. Und man muss sich das vorstellen, eine festgebackene Masse, betonhart, mit Eis, mit Geröll darin. Und die Rettungskräfte sagen, es ist extrem unwahrscheinlich darin, noch jemand Leben zu bergen. Die Hoffnung ist jetzt, dass von den vermissten Personen, die es ja noch gibt, insgesamt 13 Personen werden noch vermisst, dass man die doch anderweitig ausfindig machen kann, dass sie nicht hier am Berg noch sind, sondern irgendwo anders auftauchen. Das ist natürlich auch eine schwierige Situation für die Rettungsteams. Wie erleben Sie da die Stimmung, wenn es ja doch nur so wenig Hoffnung gibt? Ja, die Stimmung, die ist natürlich hier gedrückt in der Gegend. Mario Draghi war gestern hier, der italienische Ministerpräsident, hat den Opfern sein Beileid ausgesprochen. Man merkt im ganzen Tal, dass die Stimmung angespannt ist und dass man versucht, hier eben noch die vermissten Personen jetzt zu finden. Aktuell sprechen wir immer noch von sieben Toten und acht teils schwer verletzten Personen, die auch in den Krankenhäusern hier in der liegenden Umgebung hier jetzt behandelt werden. Wir haben es gerade gesehen, im Moment sieht das Wetter ja ganz gut aus bei Ihnen. Warum ist es eigentlich so schwierig, für die Rettungsteams dort zu arbeiten? Also das hat zwei Gründe. Gestern war das Wetter sehr schlecht, es lagen hier Gewitter in der Luft, dann mussten die Rettungsaktionen abgebrochen werden. Heute ist das Wetter wieder besser. Dann kommen aber wieder höhere Temperaturen ins Spiel. Und man hat die Angst bei hohen Temperaturen, dass oben an diesem Eisblock, wo sich diese große Wand gelöst hat, eine weitere Wand lösen könnte. Die steht unmittelbar dahinter. Man sieht das etwas auf den Bildern auch von vor Ort. Diese Wand ist ungefähr 200 Meter breit und 60 Meter hoch. Und wenn die sich löst und zu Tal geht, dann erwarten die Rettungskräfte natürlich, man kann dort in dieser Zone nicht gut arbeiten, wenn die Temperaturen so hoch sind. Nur durch kühle Temperaturen ist diese Zone stabil, sodass es überhaupt möglich wird, dort reinzugehen. Andererseits ein Dilemma, man braucht relativ hohe Temperaturen, um in dem schon abgegangenen Eis und Schnee überhaupt voranzukommen. Dass man dort mit Sonden eventuell noch nach Personen suchen kann. Und das ist das Dilemma, das sich hier für die Rettungskräfte bietet. Gleich beginnt die Arbeit für die Rettungskräfte wieder an der Unglücksstelle in den Dolomiten. Dankeschön, Möritz Pompel, für die Eindrücke von dort.